Hallihallöchen und Willkommen zurück bei Lulotha Kings in der neuen Aufnahmesession Fähig schuld, wir sind tot. Was? Nix schuld, ich brauch nur, ich brauch. So. Ich bin so viel geholt. 113 von den letzten noch, weil wir so weit gekommen sind. Ah, stimmt, ja. Ne, du Dieb. Immer eine Waffe holen. Ich hab 114. Und wir haben ja jetzt gehört, es ist nicht so wichtig, Regeneration, sondern Rüstung, wie der Rüstungswert ist. Oh, ich hab ne Keule. Ich auch. Na nicht. Dann hol ich mir jetzt, äh, die für 110, dann hab ich nämlich neuen Rüstung, damit siehst. Ey, ich hol mir erst mal, ähm, äh, eine andere Waffe. Ja, mein, mein Spielzeug kann ich ja nur nicht. Oh. Hallo, Lukas. 146, da hab ich noch. Oh, wir haben auch ein Spieler mit dabei. Oh, was kann ich denn? Hallo, wer auch immer du bist. Lass mal das. Ich hab einfrieren. Ja, weil du kein... Ja, weil du kein... Ja, weil du kein, äh... Weil ich kein Passwort drin hab. Weil ich kein Passwort drin hab. So, kann man? Ja, komm. Warte. Äh... Ich bin noch nicht für dich ausgerüstet. Ist mir egal. Ja. Ganz mir noch. Nein, Quatsch. So. So. Wo bist denn du? Hier. Ich bin der mit dem Fisch auf dem Gop. Juhu. Äh, guck mal, ich hab da... Ich hab was. Guck mal. Ja. Oh, nee. Ich will da was decken. Ja, kannst du ja auch. Okay. Ach, du hast ein Turban. Ja, sowas. Ich hoffe, die sind... Ja. Ah, guck mal, der hat Messer schon. Aber vielleicht hätten wir... Mhm. Ich will spielen. Wir hätten... Ja, super. Toll. Ja, für die Karte. Nee, die wollten das für die Karte. Ah, super. Ah, guck mal. Ah, ja. Ich weiß. Na? Was hast du eigentlich für eine Götterfähigkeit? Ähm, weiß ich noch gar nicht. Dann hau mal rein. Äh. Den fang ich heilen. Eis, Eis. Eis. Hab ich auch. Ja, super. Ja, super. Das nächste Mal mach mal bitte mal ein Passwort rein. Ja, ach. So, ist lustig. Nein, ist nicht lustig. Ach, das ist lustig. Ja, super. Sehr lustig. Wenn wir uns nach... Wenn wir nachher nur noch verrecken. Ja, er macht ja für die Karte. Er sagt immer, ich mach das für die Karte. Nee, das gar nicht. Hm? Äh, hat er gerade vorhin im Chat geschrieben. Die? Nein. Hö, 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 hö. Ich bin gestumpt. Nein, der raubt ja auch nicht aus. Nein, nein, eben. Ich hab gar keine Pilze. Auch nicht. Nein. Nein. Das war ein guter Wurf. Alle drei. Nur ist es scheiße, wenn du Pilze zum Leben brauchst, wenn die alle weg sind. Ja, jetzt hole ich keinen Stump. Vorsicht, Fee. Ich spring schon. Na, super. Ja, hat er ja gemacht, äh, nach dem. Jetzt kein Gold. Na, toll. Ja, ich krieg nie mein Sexspielzeug. Huiii, da geht er los. Ich bin ja ein Zauberer. Hm. Ja, die looten aber auch nicht sofort. Uäh. Aua. Ja, vielleicht klappt das ja mal, Fee. Vielleicht klappt das ja mal. Uäh. Vielleicht kommen wir ja mal weiter. Na, klappt es aber nicht wirklich. Mir kann das schon bis zum Ende. Naja, wir vielleicht schaffen das Ende ja mal. Und ich glaube es nicht. Gab es wirklich nicht. Weil, wenn du die nichts groß nacherkaufen kannst. An Russi. Wolltest du direkt staggen? Na, ich versuch's. Huiii. Zack. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Äh, komm nicht hoch. Hopp. Hopp. Das ist das. Oh, zu alle. Das ist das. So, Feechen. Äh, hoppla. Ich bin wieder runtergeklatscht. Hast du gesehen, wie die das gemacht haben? What? Genau das. Oh, oh. Nein. Ähm. Ach, der geht ja noch. Lava-Wurm. Raaah. Hopp. Oh, weg. Oh, oh, oh. Vorsicht, wir machen. Äh, ratten, meine ich. Jetzt, die gleiche Idee wie ich. Hm. Woah, hi-fi. Floß-die Ratte. Ui-u-u-u-u-u-u-pu. Ui-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Ui-u-u-u-u-u. Vorsicht Ach der ist schon down Der ist ja schon down Ich hab Damage Ich nehm Leben Ist ja egal was du nimmst Der Chromie der ist aber ein guter Looter Wie viel Loot hast du? 21 und du? 8 Der Chromie der ist da Uiuiui Uiuiui Ui Uah nein Uah Uiuiui Uiuiui Vorsicht Uuhan Hör Hör Ach so da bist du Entschuldigung baller erst mal auf dich ich hab noch was gut gesehen das habt ihr übersehen so falsche richtung der richtigen leben ist schon ziemlich weit runter es ist wie gemein ja weil er die ganze zeit lutet was so ich gehe mir aber ja ja aber ich gebe mir ein paar pilze holen ja ja danke oder auch nicht ist ein bisschen doof ich immerhin zum shop vielleicht haben ja die bessere haben wir nix leisten kann ich mir auch gerade nicht leisten ich hätte gern das nächste mal machst du wieder mit passwort bitte ja ich dachte alle könnte ja mal lustig sein so den ruf bittestens wenn wir alle verrecken ist das nicht lustig das ist nicht meine schuld so der chromie und der glückwunsch so weiter wunderschön wunderschön weißt du warum goblins besser sind als trolle sie posten dich im internet ich möchte gerne sprüche also lieber entwickler ich hätte gerne neue sprüche oder mehr mehr neue mehr mehr neue ich habe hunger was ich habe voll auf süß wir nehmen gerade mal 10 minuten auf ich habe hunger auf süß übrigens aus der neuen bude muss man dabei sagen plus 5 schaden teile am meisten schaden aus ok ich versuche es plus 10 schaden ich habe ich ich habe schon selber ich habe nur ein gold ich habe 35 stürzen sie direkt auf die pilze ich brauche ja dann hau doch mal ab oh 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 genau das alter ich bin so gut wie down nice bist du schon down nö vorsicht hinter dir hinter dir so macht man das oh oh der krumm ist schon am looten na so kleiner looter aber wenn wir hier am feiten sind ups hübs 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 Build Hübs ich habe da Loot noch mal springen dann kannst du mal ganz in den Ort entkommen genau Nia war wenn er nicht so unbedingt den Bogen machte alle Hosen dann los was war das? ach so da ist noch jemand explodiert wow kein Loot 17 Loot wo sind die denn lang? ach so die sind zum Shop die sind zum Shop die haben da zu looten wenn es da was zu looten gibt na jetzt nicht mehr das ist es ist es was kann ich mir leisten nix ich kann mir auch noch nichts leisten n ich muss mal meinen Sex wie viel soll hast du 17 ich werde gelootet ich wurde gerade gelootet ich dachte eigentlich da wäre ein Miteinander hier ne es ist ja nicht immer es sind nicht alle so wie wir und spielen wirklich miteinander direkt mal hier so der hat einen geileren Stab schon ah ne das ist den den ich auch schon hatte ja den Kerzenständer ne nicht Kerzenständer ne nicht Kerzenständer ja was weiß ich kann mir gar nichts leisten nur deswegen gehe ich jetzt erst looten feisig feisig ach doch feisig yes da Felder so ich hab 3 Minuten 24 ausnahmsweise ich bin ja noch nicht gelootet worden ich hatte von 60 oder so nö hatte gerade mal 17 oder wenn überhaupt ich stehe da jetzt nicht mehr hinter ihr könnt mich mal ein Popo schmatzen bin ich bekloppt ah der Chromie holt sich direkt den Looter ja eine kleine Mistmade ja eine Tor hat er sich noch nicht geholt ne dann hol sie dir nicht gerade wenn ich nicht äh in Feuer spring hui 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 da von hinten ja es ist manchmal auch schön was äh ja guck drauf an die Welt ja zusammengesetzt ne da war noch gut na lass mal liegen so weißt du warte den falschen Pritz gegessen äh naja es geht so hui hui das du du hän du hier du ok so alter 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 da da vor sich ja ich komme nicht weg ich komme zu oben ist gut deswegen nur dort schon wieder jemand alles gelootet alles gelootet wir sind gut übrigens mit der glatten oberfläche so los geht es ne ich schmeiß dich nicht hoch so oben die truhe holen wir uns gleich ebenso genau erstmal hier bin jetzt arsch erst mal fighten junge erst mal fighten uah alter erst mal fighten hier oh was Krumi kann kann ich aber auch uah 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 habe ich schon und mein Gott erfüllt da ein bisschen gelootet ich war jetzt mal Arsch ist wir unsichtigt Sack wo noch 100 er habe ich den letzten Tag gemacht nenne ich ich hab's ja nur mal so was das was runtergefallen ist habe ich mir jetzt genommen das ist ja völlig okay die das ist am Morgen hier ja ich kann nicht heilen er kann keiner Pressenpilz m Dom Rainer wir haben kein Lieder nur wieder Tequila so 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 wie auch Belegung heute alles gut alles gut alles gut Vorsicht der Verbraucher Vorsicht der Bekommensweiter kommt zweiter kommt zweiter kommt zweiter kommt und so wird an uns so ihr habt sagt warum haben wir hier noch wir haben natürlich direkt neben ihr warum denn nicht auch die 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 Hilfe ich kann ja klar und das laufen hast ich mir die voll schlecht hallo freunde ich püße und zack und zack weiter geht's Natur keine Kürze ich brauche ich habe gerade vorhin ein direkt weggefressen gehabt Fahrstuhl ich weiß wo Lu ist die anderen leider auch alle aber einfach mal mit rein zack so hey der Witzger Herr Kapitän da sprinten wir ja diesmal durch oh ich habe mehr Schaden als du gemacht was mehr Schaden hast du ausgeteilt achso ich muss weiter klicken aber ich bin ja schlecht so liebe Freunde das war es dann erstmal und wir sehen uns in der nächsten Folge tschüss sonst weiß ich nicht wo ich schneiden muss tschüss